Da hab ich echt das zweimal daneben knallt Wer ist hier oben? Der Ventilator Da oben geschossen Ja, ich weiß nicht wer da gestorben ist Ich hab Angst Hallo Einer ist schon gestorben 3, 2, 1, plapp Das hat richtig gepasst Wenn man während des Rundens beginnt an die Leite geht Kann man sich nicht mehr daran festhalten Das ist okay Das ist meine Epsilon Könnt ihr machen was ihr wollt Ich wollt mir was zu essen Was denn du mit den Leichen Hä, wieso ist da noch einer tot? Wer betreibt Leichenschändung Hey, Manu Was denn? Ist dir nicht aufgefallen, dass die eine weggesnifert wurde? Nein Ist dir nicht aufgefallen, dass der gerade einen Melonen explodiert ist? Nein Ist dir nicht dir aufgefallen, dass Ziggy einen Bulldozer gekauft hat? Nein What the fuck? Das stimmt so nicht ganz Oh fuck Tschüss Joghurt Ja Joghurt Ja Joghurt hat gerade mit dem Propeller gespielt Ist abgespielt Bitte lass mich jetzt nicht runterfallen Ich weiß noch nicht wie man so Leiter runter geht Ey Komm Schau zu, du bist im Fels und dann gerade aus Okay Vicky, ich hatte keine Waffe Hast du eigentlich nicht gecheckt, dass ich die Melonen auf dich geschossen hatte, die dir überhaupt keinen Schaden gemacht hat? Mir? Ja, ich hab die auf dich geschossen Das hab ich aber auch gesehen, aber ich hatte keine Waffe Ich hab ja nicht in seine Richtung geschossen Mann, was fandest du wieder für eine Scheißrunde Ey Reiner Was war los? Du warst auf einmal ruhig Ja, ne HWP, weißt du Das kann ja jeder Okay, du hast also den Typ gekillt Ich hab keinen gekillt, der ist einfach umgefallen Also, ja Das war so natürlich Vicky hat ihn umgeschält Da wird man einmal traitor und dann guckt man da hinten irgendwo am Arsch der Welt rum und bekommt gar nichts mit Rainer hinter mir, der will mich abstichen Ich bin gleich tot Ich bin in 3, 2, 1 Jetzt kauft er, er kauft, er kauft, er kauft wirklich Natürlich Er hat gekauft, er hat gekauft, sonst wär er nicht so weit weg gewesen Ja, natürlich hab ich das Ich werd gleich abgestochen, Jungs Da war's Rainer Natürlich wirst du dich abgestochen Du musst dann immer an dich mal stehen bleiben Wo bist du? Ich glaub ich hab ihn ausgetrickst Hallo Shadow Ist da hinten Shiki Alter, wo ist Shiki? Der ist da hinten Nein, nicht sein Der ist ganz oben auf so ner Ding Toll, Shadow ist ja von uns Und da ist auch noch was explodiert Fick dich Rainer Da Shiki Da sterb ich lieber Ey, auf wie wird geschossen? Ich bin tot Okay Rainer Weißt du was? Ja, ich weiß der ist auch kaum Wer ist auch geil, kann ihn abmachen Ich wusste, dass du mich abstechen wolltest, dann bin ich lieber totgesprungen, Rainer Ich hab mir erst noch 20 Minuten anfängt zu spielen Da werden die Wappen gespawnt Achso Ja, so musst du mir Pudding holen Malu bist eigentlich für den Friendship gestorben Ja Ich möchte nochmal anmerken, dass sie in einer Stunde Heiligabend haben Ja Alter, wenn die Folge draußen ist, ist es schon locker Neujahr Ich hab jetzt schon 20 Folgen, glaub ich, vorproduziert Oh Hahahaha Wie der Boden aufgeklasselt ist Ich hab auch nicht Menschen sterben sehen Chiki, wo bist du? Weg Nein, hab ich noch nicht Hast du einen Chiki gesehen? Nein Oh nein, das war dumm Oh Hat niemand Manu, ist ganz dumm gelaufen Niemand hat Chiki gesehen Rainer, wo bist du? Ich will mich rächen Warte, ich hab Chiki gesehen Nein, hast du nicht Doch, hab ich, du bist ja ganz oben Nein Wo, wo bist du? Wo, wo bist du so? Da, nein Da, da, da Da ist Ralph, da ist Norbert Da ist Rainer Hallo Läuft bei dir Boah, ich bin zum ersten Mal diesen komischen Lüppstacken oben gekommen Äh, Chiki is great, er hat gerade, äh, wer ist das hier? Rainer mit nem Bloody Knife getötet Ich Okay Ich? Ja Nee Ich hab's gerade gesehen Ich hab euch beide beobachtet von der Seite Achso Hey, wer ist da auf dieser Plattformplatte da stehen? Ups Vicky, komm mal raus Vicky, komm mal raus Hello Ja Better Au Aua Man schießt auf mich Und wo? Ich hab eben in den Schuss eingestanden Ja, eben auch Shadow war's nicht Vicky, ich hab's Chiki schon einmal angeschossen und er durfte fast kein Leben mehr haben Hallo Man kann hier hoch Traumano aber nicht Man kann hier hoch Man kann hier hoch Vertraust mir nicht, ich hab noch gar nichts gemacht Ähm Alter Oh Gott Alter Alter Alter, bin ich Tschuldigung, ich dachte du bist Chiki ey Alter, bin ich Tschuldigung Alter, hab ich mich erschrocken gewann Alter Aber ich hab dich nicht getroffen Alles gut Ja, ist alles gut Boah Wo ist Chiki denn eigentlich Wo ist Chiki denn eigentlich? Ich hab keine Ahnung Lebt der noch? Ich seh den nicht Der muss hier schon noch Der wird hier noch irgendwo sein Aber ich setz mich jetzt hier Könnten es eigentlich auch Upsilon und Manu sein? Ja, rein theoretisch könnten wir das beide noch sein Oder du Aber ich glaub nicht, dass es Upsilon ist Weil ich hab Ja, wenn ihr Ich's wehr, würde ich euch schon lang weg machen Ich hätte mich gedacht, die perfekte Möglichkeit dazu Wo ist denn der Chiki? Weiß nicht, aber ich weiß nicht Also wer lebt noch? Shadow lebt noch und Chiki lebt noch Ja, aber ich habe gerade auch Da kann man nicht hotter, Walf Du kannst über die Leiter Ich habe Chiki Das ist einer von euch zwei Ja Oder Meiner Sicht Einer von euch Ich habe aber Chiki Chiki Ich wollte schon immer, dass es ne cool ist Ich habe Chiki getötet Also bin ich proven Ja, du bist proven Das heißt, einer von uns drei ist es Genau Und aus meiner Sicht bin ich's auch Nee, Shadow warte, ich geh wieder Ich möchte dich ja nicht belästigen Shadow Bei dir Waaaah Wer kommt nur her Geil, jetzt habe ich ne Jetzt habe ich insgesamt Manu, ich habe irgendwie das Gefühl du bist Weil du irgendwie Shadow weg machen willst Hallo, Shadow Ich habe 30 Schutze mit irgendwelchen geilen Sniper Waffen Die extrem viel Schaden machen Noch ein Schritt näher Würde ich haben Ey Ich wollte nur die Ich habe doch nur meine Waffe weggeworfen Was Ich weiß, die macht dich keiner wieder Die macht aber One-Hit Ja Ja Aua Ich habe nicht geschossen Shadow Epsilon, wo kommst du denn her? Wie alle das sind Epsilon, ich glaube, bist du doch nicht Viel auf jeden Viel auf Joghurt, bist du es Aber nicht Wenn du auf dich schießt, war ich dich Doch, irgendwie von der Artek glaube ich du bist Ich 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 Ben ist es Okay, das war jetzt ein Problem Das war jetzt ein Fehler Das war jetzt ein Fehler Epsilon ist es Oder? Ja 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 Ello Ey, Joghurt, läuft's da mir vorbei? Kann das sein Während er mich wie glabier lebt? Wie das aus sah Ich hätte das um, mir total egal das ist jetzt eher ein problem ach ja nochmal schicki ja danke für deine silent kein ding ich freue mich die punkte ja danke oh gatt warte ich muss was kaufen warum hast du alle punkte ausgegeben Reif, du Vollmondoer. Ich bin froh, ich hab deine Vs. Assignment. Du bist froh, ich bin froh, wir sind froh. Du gaffest bei mir. Oh! Oh! Danke. Sorry, Malu. Alter, Joghurt. Ich war ja schuld beiderseits. Joghurt, während mich Ralf wieder belebt hat, bist du einfach runtergegangen. Hast du gar nicht geguckt. Weißt du, ich dachte mir nur so, ich könnte schlechter geholfen. Ich bin gleich tot. Und dann sehe ich so jemand an mir vorbeilaufen. Denkt mir nichts, okay. Schlimme bei Bendy ist, man weiß nie, ob er... Also man kann ihm nie erklären, warum man denkt, dass er es ist. Weil er immer gleich so erst schießt. Die Waffe ist mein Argument. Wenn's andersrum ist, Rage quittet er. Guckt mal 5 Folgen vorher. Oh, ich bin ohne Waffe, okay. Ich bin bei dem, der immer schießt, bevor er redet. Hallo, Akpana! Joghurt, sticht! Sticht! Gar nicht dieser scheiß Limpfer. Das soll ich eigentlich ja mitgeben. Ralf, sticht! Und was machst du so mit deiner Waffe? Moin, Manu! Brauchst du ne Waffe? Moin! Ja! Da unten im Bett sind immer ganz viele. 100%ig. Da war ich grad. Alter! Ich bin hier weg! Ich bin hier weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Wer ist da runtergefallen? Aua, ich bin nach unten! Leider! Aua, ich auch! Joghurt, glaube ich! Joghurt, glaube ich! Was ist das Joghurt, oder? Ja! Ich habe das Gefühl, Schicky lebt noch! Ich hab keine Waffe! Ich hab keine Waffe! Ich finde, du solltest die Farben noch erinnern! Von was? Von dem Bloody Knife? Ja! Nimm ich auch! In rote Farben, weil du nicht siehst. Komische Gelbe! Was soll man denn da gerade sehen? Ja, aber rot sieht halt besser aus. Weil halt Blut und so. Ja, schon, aber... Ja! Sprich dich ruhig aus! Ah! Gut, fassen. Boah, fuck! Die Windkastur ist einfach auf den Nachkampfkacke. Aber Schicky Knife, ge? Hat sich ein bisschen erwischt. Ich musste ja weg. Hinter mir war Ralf. Wenn der das Knife zieht, werde ich auch erwischt. Ich war live hinter dir. Achso. Ja, dann ist es doof gelaufen. Du bist über die komische Lücke da gespielt. Ey Jungs, ich hab wieder 1000 Karma. Also Manu tut mir ja ein bisschen leid. Warum? Weil er immer so schnell stirbt. Ist doch... Gastbonus, Junge. Gastbonus. Sag mal, kann man nicht einen Karma machen über 1000? Da kann man das so machen, dass wir einen Zusatzschaden fehlen. Also der letzte Gast ist aufgrund von Joghurt ist der gegangen. Stimmt auch wieder. Okay. Er ist einfach immer als erstes gestorben, weil Joghurt ihn immer abgeknallt hat. Ob er inno war oder nicht. Und ich würde ihn nicht raten mit zur Feuerwehr. Ich bin nicht... Ah, das ist jetzt natürlich blöd gelaufen. Und was machen sie da? Er ist gestorben. Verpiss dich Joghurt. Ich kaufe dir, weil du nehm ich den Ventilator an oder so. Ja, das ist ja das auch aus. Ja, das ist natürlich blöd gelaufen. Vielleicht hat jemand geschaffen. Du musst ja leider springen. Ich will nicht fliegen. Fick dich. Hallo Joghurt. Ne, mein Freund. Dieses Mal bin ich zu weit weg. Dieses Mal bin ich zu weit weg für deinen Eif. Arsch. Schon ganz unnalt, okay. Reiner schießt auf mich. Das ist aber ein Sniper. Ich schieß zurück. Hinter dir. Hinter dir. Joghurt ist frei. Ja, hat's erledigt. Joghurt ist tot. Ey. Ich werde natürlich am Anfang genau den Ventilator reinnehmen. Ich hab da Eif gekauft. Ich hab Joghurt gekauft. Ich hab Joghurt gekauft. Ey, woher willst du wissen, dass ich jetzt bin, Reiner? Ja, weil jetzt nur noch Shiki und ich gelebt hab. Ja, aber Manu war doch angeblich noch da. Ne, Manu war schon tot. Nein, ich bin in den scheiß Ventilator gelaufen. Ach, das hast du angesagt. Ja, hab ich gesagt, ich bin... Ach so, ich dachte, jetzt kann ich noch in Ruhe gegen das Knife in den Rücken rammen. Ich hab nämlich einen Dali-Live gekauft. Vor allem, ich hör nur diese Knife-Animation, dieses Klick. Und da dreh ich mich um. Ey. Ey. Ich wollte... Vorher wäre es so geil gewesen, wenn ich dich auch noch mitgemacht hätte. Ich hab aber keine gute Wache gehabt. Vor allem eigentlich. Ich hatte gar keine Wache, ich hätte nur das Leid. Ist top gelaufen. Ja, ist echt dumm gelaufen. Oh, jetzt werd ich auch noch in Skype angeschrieben. Nein, du bist es nicht schon wieder. Ach komm. Ich versteck mich. Mich. Doch. Hartmann. Hallo. Verpiss dich. Verpiss dich. Wer fick dich hart? Rainer ist Traitor. Ich hab voll den Fallschaden bekommen. Rainer, 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 Rainer. Das stimmt so nicht. Da hab ich echt das zweimal daneben knallt. Wer ist hier oben? Der Ventilator. Da oben ist geschossen. Da unten ist nur Party. Ja, ich weiß nicht, wer da gestorben ist, hab ich. Ich hab Angst. Ich hab's gesehen. Was soll ich auf die Entfernung machen? Was soll ich auf die Entfernung machen? Schau mal. Ganz unten ist einer. Der ist aber noch full health. Okay. Ja, irgendwas hat sich hier grad unsichtbar gemacht. Also entweder. Sticky ist unsichtbar. Der ist genau unter dir. Der ist genau unter dir. Ich hab auf den geschossen. Ich hab den, glaub ich. Da ist er. Ich kann mich holen. Wow. Der ist unter dir genau da. Ich weiß jetzt nicht, wohin ist. Wie gesagt. Der ist unsichtbar. Ich höre es nicht. Der kommt nach hinten. Mach du. Der kommt nach hinten. Der kommt nach hinten. Weißt du was das heißt? Der kommt so rum. Mach mich. Manu. Ja, äh. Ich hab Angst zu sterben. Ich beschütze dich mein Schatz. Okay. Aua, ich werde beschützt dich. Nein, der hat mich gesehen. Aua. Was geht denn hier jetzt eigentlich wieder ab? Lebt sonst noch mehr? Oh Joch, du bist ganze Scheiße. Ja, ich war gerade im Kauf. What the fuck? Ach du Heilige. Ah. Hä, wer lebt denn jetzt noch außer mir? Ich. Ich hab aber T getötet. Du hast T getötet? Bist du dir da ganz sicher? Oder du verarschst mich jetzt nicht? Ja, ich hab Schicke getötet. Du hast Schicke getötet? Ja. Hm. Okay. Jochut, es ist übrigens Aua. Okay. Ja, gut dann. Ich muss hier erstmal kurz die Puppen auspacken. Äh, Manu willst dich nicht zeigen. Nein. Freundschaftlicher Händedruck. Nein. Ich hätte einfach auf dich schießen sollen. Nee, kann ich nicht. Ich hab keine Punkte. Hä? Wie konntest du dich auf mich schießen? Du wirst mich vom Schrank geflogen. Hä? Was halt ich aber für genug? Was halte ich aber für genug? Ich hab das gesehen, das direkt vor meinen Augen liegt. Was ist dir schlecht? Du hast mich nicht gesehen, oder? Nö. Wurde ich nicht. Das ist gar... Ach. 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 Was? Fuck. Ich hab noch zwei. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.